Musik Papa, schau mal, da gibt es einen Winddancer. Fahren wir dann mit? Musik Auf gar keinen Fall. Ich habe vom letzten Mal noch genug. Oh Mann, Papa. Komm, lasst uns doch alle Schiffschaukel fahren. Das mache ich gerne. Das kann ich richtig gut. Na ja, okay. Halte dich gut fest, Anna. Los, Papa. Wir warten noch auf Mama. Dann können wir gleichzeitig schaukeln. Oh ja, das macht Spaß. Jetzt sind wir gleich hoch. Ja, und jetzt geben wir aber Gas. Wir sind höher. Wir sind höher. Ich will raus, Mama. Okay, bleib sitzen. Ich halte an. Wir sind höher hoch. Lena, halte dich jetzt gut fest. Ja. Das war genial, Papa. Mama, der Papa hat das voll gut drauf. Ja, sieht so aus. Hattest du gar keine Angst? Nein. Das war total super. Cool, was ist denn das? Das ist eine Windwasserbahn. Oh, scheinbar dürfen hier auch schon kleine Kinder fahren. Hoffentlich werden wir da nicht klatschnass. Halt, bitte warten Sie noch kurz. Es sind sonst so viele Leute beim Einstieg. So, Sie können jetzt durch. Ich bin schon gespannt. So was bin ich noch nie gefahren. Kommt, schnell. Da ist schon ein leeres Boot. Immer nur zwei in ein Boot. Hoi, das ist ja lustig. Hoppsa. Anna, rutsch mal vor. Dann kannst du mir auf den Schoß sitzen. Tschüss. Oh, wo geht das denn jetzt rein? Das ist eine Schleuse. Huch, das geht ja schnell nach unten. Oh, jetzt sind wir wohl ganz anders. Das sind Rehe, Mama. Sind die echt? Nein, die sind aus Kunststoff. Oh, schade. Schau mal, Anna. Oh, sind Rehe. Oh, schön. Höhe. Ja, das ist wirklich schön gemacht. Das ist ein Wildschwein. Keine Angst, das ist doch nicht echt. Sind die Bären auch nicht echt? Nein, nein. Huch, jetzt geht es aber steil hoch. Ich ahne schon, was nachher kommt. Ah. Ah. Da seid ihr ja. Das war toll. Ja, und wir sind überhaupt nicht nass geworden. Ja, wir auch nicht. Das war richtig schön. Auch für kleine Kinder gut geeignet. Schaut mal, da kommt schon das nächste Boot. Ah. Lena. Ich hab dich. Alles gut. Ist Ihnen etwas passiert? Nein, nein. Alles schon wieder gut. Oh Mann, das Wasser ist voll kalt. Ach, jetzt seid ihr doch noch klatschnass geworden. Was machen wir denn jetzt? Zum Glück haben wir Ersatzkleidung im Auto. Dort gehen wir jetzt hin. Und dann könnt ihr euch umziehen. Hier zwei Wasserratten. Hier drei Wochen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt es einen Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Peace. Tschüss!